Kafka kann unbegrenzt Nachrichten vorhalten, aber vielleicht möchte ich das gar nicht. Wie ich all die Nachrichten wieder loswerde, zeige ich euch in diesem Video. Bisher waren Messagebroker nur Zwischenspeicher und mit Kafka sind wir in der Lage, alle Nachrichten zu behalten, die jemals an den Broker geschickt wurden. Das können sehr viele werden, aber wir können ja beliebig Festplatten einfach dagegen werfen und auf diese Weise halt dann unbegrenzt einen Speicherplatz zur Verfügung stellen. Aber vielleicht wollen wir das gar nicht und möchten irgendwann mal einen Teil der Nachrichten loswerden. Wir sehen jetzt hier so einen Strahl von Nachrichten, eine Liste von Nachrichten vom Offset 0 bis 10 und wir könnten jetzt einen Teil einfach wegwerfen. Nehmen wir mal an, einfach mal hier diesen linken Teil von 0 bis 7 und einen Teil, den farbigen, behalten. Das ist in Kafka möglich, zum einen über die Zeit zum Beispiel, dass ich sage, alles was älter ist als 24 Stunden, ein Monat, ein Jahr, 90 Tage, vielleicht eine ganz schöne Sache für die Vorratsdatenspeicherung, das möchte ich nicht behalten, oder dass ich sage, ich möchte nur ein Terabyte, ein Gigabyte behalten und alles andere kann Kafka löschen. Dafür gibt es einen Mechanismus, der lehnt sich bei Kafka Log Retention, der ist einstellbar. Diese Log Retention wird durch einen Hintergrundjob ausgeführt, so dass wir nicht extra Ressourcen dafür brauchen, das heißt, wenn sich Kafka langweilt oder der Rechner langweilt, dann wird immer mal wieder überprüft über ein Intervall, das wir einstellen können, ob da noch was da ist, was man löschen kann und dann wird diese Bereinigung oder dieses Löschen durchgeführt. Wir können daher nicht davon ausgehen, dass die Sachen auch wirklich sofort weg sind, also das ist vielleicht doch eine schlechte Sache für die Vorratsdatenspeicherung, weil wenn ich diese 90 Tage einstelle, kann durchaus mal sein, dass ich vielleicht 91 oder 92 Tage drauf habe und dann erst die Log Retention einsetzt und den Rest rauslöscht. In diesem Fall hier, wenn wir einfach abschneiden, dann verlieren wir jetzt natürlich auch die Zustände von einigen Keys, also hier im Speicher könnte ich jetzt das Business Objekt mit dem Key 3 und mit dem Key 4, die könnte ich jetzt wiederherstellen oder die finde ich, aber von 1, 2, 4 von diesen Keys ist der Wert verloren. Und dafür gibt es in Kafka auch einen Mechanismus, der nennt sich Log Compaction und wie das Log Compaction funktioniert, das wollen wir uns jetzt hier mal am Beispiel anschauen. Wieder das gleiche Topic mit den 11 Nachrichten von 0 bis 10. Wir sehen jetzt wieder farblich die gleichen und wenn wir jetzt hier drauf schauen, sehen wir, dass es zum Beispiel 4 Nachrichten gibt mit dem Key 4. In diesem Beispiel haben wir für jede dieser Nachrichten das komplette Business Objekt auf dem Bus gelegt. Also in diesem Beispiel ein Artikel, jedes Mal sind es die Pineapples und was sich jeweils geändert hat, ist immer nur ein Preis. Der Trick dabei ist, jetzt nicht nur die Preisänderung auf dem Bus zu liegen, sondern das gesamte Business Objekt und jetzt haben wir den Verlauf des Business Objekts in der Zeit, wie es sich verändert hat. Das möchten wir vielleicht gar nicht, vielleicht möchten wir einfach nur den aktuellsten Stand haben und Plattenplatz sparen. Also wir könnten eigentlich das Business Objekt hier mit Offset 9 behalten und die anderen an Offset 0, 2 und 5, die könnten wir löschen. Das können wir natürlich auch für die anderen Keys tun und wenn wir jetzt von jedem Key nur die neueste Nachricht behalten, dann würde das Ganze so aussehen und wenn die anderen entsprechend rausgelöscht würden, dann hätten wir so ein Topic mit jeder Menge Lücken. Das ist aber kein Problem, wenn ich die 0. Message lesen möchte, dann verschiebt sich der Cursor entsprechend und die nächste Nachricht, die ich dann lese, ist die mit dem Offset 3 und ich werde auch dann informiert, dass es in dieser Nachricht, dass das die Nachricht ist an dem Offset 3. Ja, das ist Log Compaction. Mit Log Compaction, wie gesagt, da können wir den aktuellen Zustand behalten. Das geht auch in Richtung Event Sourcing. Der Bus enthält den Zustand aller meiner Systeme, weil alle Veränderungen über den Bus gehen und wenn ich immer die neueste Nachricht habe, kann ich mit diesen Nachrichten jetzt den aktuellen Stand rekonstruieren. Nicht die Historie, sondern nur den aktuellen Stand. Dafür spare ich aber Speicherplatz und das ist eine ganz schöne Methode mit Kafka. Da kann ich jetzt einigermaßen viel Speicherplatz zur Verfügung stellen, aber dann sagen, okay, irgendwann mal wirft man das weg und macht man Log Compaction. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, wie mit Log Compaction unnötige Nachrichten aus dem Log gelöscht werden. Dazu präpariere ich jetzt speziell ein Topic. Ich lösche zuerst das Topic Produktion, falls das noch da sein sollte. Dann lege ich das Neue an mit einer Cleanup Policy Compact. Das ist ganz wichtig, dass das gesetzt ist. Und für mein Beispiel, dass man schnell Ergebnisse sieht, habe ich hier relativ kleine Werte eingestellt für diese zwei Parameter. Ansonsten müsste man lange warten und ich möchte ja, dass das in zwei, drei Minuten passiert ist. Also, ich führe dieses Skript mal aus. Kafka legt die Nachrichten für das Topic Produktion hier in diesem Verzeichnis ab. Und in diesem Verzeichnis haben wir jetzt drei Dateien, die sind noch leer. Angefangen mit dem Offset 0, 0, 0. Das wird sich gleich ändern. Ich starte einen Broad User und fülle mal dieses Verzeichnis. Damit mein Beispiel funktioniert, muss ich da ein paar Vorbereitungen treffe. Ich brauche relativ viele Daten. Deshalb erzeuge ich mit meinem Producer erstmal ordentlich Datenmüll. Erzeugt dafür nur 10.000 Nachrichten. Und damit sich das Ganze wiederholt und Kafka Nachrichten löschen kann, nicht mehr benötigt werden, erzeuge ich einen Key, der immer fortlaufend ist von 0 bis 9 über diese Modulo-Rest-der-Division-Operation, so dass wir auch was haben, was kompaktiert werden kann. Ich starte jetzt gleich mal diesen Producer und wechsle ganz schnell ins Verzeichnis, damit wir da was sehen. Ich muss jetzt richtig schnell sein, dass es funktioniert. So, also wir sehen jetzt hier in meinem Log-Verzeichnis, da kommen immer mehr neue Dateien rein. Dann wechsle ich in IntelliJ und starten Consumer. Der Consumer liest die Nachrichten aus und gibt mir den Offset aus und die Anzahl der gelesenen Nachrichten. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was rauskommt beim ersten Durchgang. Er liest diese 10.000 Nachrichten von vorne bis hinten. Und mal schauen, ob er auch noch alle 10.000 bekommt. Ja, nicht ganz. Offset 9.999 und 2.700 konnte er nur lesen. Ich führe es nochmal aus. Und jetzt haben wir nur noch 33 Nachrichten. Es muss jetzt sichergestellt sein, dass ich zu jedem Key mindestens die eine Nachricht habe, mindestens die neueste Nachricht und vorhergehende Nachrichten sind gelöscht. Bei 33 ist das der Fall. Ich führe es nochmal aus und es bleibt so. Dann gehe ich rüber in mein Verzeichnis hier und sehe, da sind diese ganzen Dateien mit Deleted markiert. Aber ihr seht, dass sich da was tut, dass da Dateien rausgelöscht werden. Und gleich sollte das Verzeichnis so gut wie leer sein, da Kafka nur die notwendigsten Dateien behält und übrig lässt. So, jetzt ist es passiert. Wir haben jetzt nur noch hier ganz vorne die erste Datei im Log und hier eine zum Offset 9.977 plus 33. Das macht Sinn. Er ergeben hier diese 33 Nachrichten, die er noch ausgibt. Warum löscht dann die nicht alle raus? Warum zeigt er uns nicht nur die letzten 10 an? Das muss gar nicht so sein. Kafka sorgt einfach dafür, dass die vorhergehenden gelöscht werden. Und da geht er möglichst ökonomisch und effizient dabei vor. Wenn ich die Nachrichten jetzt noch viel, viel, viel größer mache, dann kann es sein, dass da nur 10 übrig bleiben. Wenn die Nachrichten recht klein sind, kann es sein, dass er hier noch tausende von Nachrichten hat, aber den Großteil der Datenmenge löscht er raus.